Entschuldigung, war aber auch echt, war auch irgendwie ein schwieriger, harter Tag und dann auf so einer Beton-Oase, da wartet man ja auch nicht einfach so, so jemanden, so eine Berühmtheit, so wie, nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr, nicht eine Berühmtheit, so ganz alleine, so ganz ohne Autos, erwartet man ja nicht. Bist du bescheuert, Madame Hubert, Isabelle, bist du nicht. Woher kommst du? Ach, es ist nicht egal. Egal? Mit Isabelle Hubert im Auto zu sitzen, das wollt ihr doch immer, dann wünsch ich das doch immer, dann mach mal ein Angebot und dann Schweißausbrüche über und über. Du hattest keinen Ausweis, du. Warum? Warum hast du das? Du versteh das nicht. Ja, stimmt, das verstehst du nicht. Wieso hast du überhaupt so beschissen reagiert? Ich wollte dir helfen, das war alles. Ich schreie nicht. Ich schreie. Psst mich nicht an. Idiot. Was? Ich will mich schützen, indem du ihn minutenlang, minutenlang die Fresse verlierst. ihn blutig schlägst. Das Gesicht zu frei. Schlägst die Nase ins Gesicht rein. Die Fresse nur noch ein Eins gab rein. Ich schreie. Ja. Hörter. 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 Scheiße!